STYLE GIRL! Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen wieder BSR-Cast zusammen mit dich, Nazdick, Bayerwald und MG. Guten Tag! Hallo! So, jetzt gibt's wieder volles Frescret. Team Deathmatch auf der Map, okay. Lustiger wär Domination, oder? Ja, da gibt's doch nicht mehr drei Punkte für. Na lustig wär's aber trotzdem. Wirklich. Na. Weiter gerade auf dich zu ist ein bisschen dämlich, auch wenn ich mich unsichtbar mach. Da muss ich halt mal in die Richtungserinnerung anfangen. Ist der eine immer noch da? Ne. Er ist gegangen. Ne doch, da ist er. Ich seh'n. Ah, falsch! Nice, tot, nice. Super. Mit dem bin ich überhaupt. Mit dem G und mit dem anderen, okay? Ich hab' den voll ausgekitet, den anderen. Ist er blind? Ja, nee, ist nicht blind. Ist blöd. Du bleibst immer so, du bleibst immer so schön stehen, wenn du er blind ist. Wie kann der seine Charakterklasse ingame ändern? Der hat seine Charakterklasse schon wieder ingame geändert. Wirklich? Ja, erstmal mal gucken. Bestimmt irgendwas escape und dann einfach enden. Es wird sicherlich irgendwie gehen, mal Tastenkombinationen angucken. Ja. Ja. Ah. Grüß' mich nicht. Ich blöd. Ah! Ah, fall' ich in die Lava. Das ist so geil, wenn's in die Lava fällst und dir rennen drei Bots nach. Die springen alle hinterher. So könnte man natürlich auch mal einen Sieg rausholen Weißt du, drei Leute gehen auf mich drauf Und der kommt von hinten angeflogen und killt mich einfach Wir führen aber mit sechs Kills gerade Alter, was hat die denn gemacht die blöde Fotze Ja, total, gell Weißt du, ich spawn gerade, da trifft die mich schon oder was und schleudert mich aus der Map raus Und dann wird mir ein Kill abgestoppt vom Bayer Ja, Bayer kann halt auch Und dann hole ich Bayer Alter, das gibt's nicht Habe ich einfach mal einen am Deckel bekommen So Da ist er weg Du hast da keine Chance Also Fernkampf ist das Kacke hier Ja, da ist die Map einfach zu klein Für Ja, ist klar Die Bombe sind in deinem Arsch Oh, die Fette Ja, wenn ich absolut blind hier rumsteuere War ja schon wieder mit seiner Fernkampftüssel Ja, wieso werde ich schon wieder getroffen, ey Wir sind halt gern getroffen Macht er hier, der Sven-Bots ist komplett bescheuert Bäm, weg ist er Bayer, ach, das ist eh nicht Bayer So, ich glaube Bayer ist schon wieder blind Da habe ich sehr stark die Annahme dazu Nein, das gibt's nicht Nein, Fresh, wieso sollst du mir das Bier weg? Weil er selber fast tot ist Da oben ist noch eins für dich Ja, ich bin ja auch hinunterwegs Ich bin aber auch schon wieder fast tot Jetzt Du bist tot Aber wir haben 19 Kills vor Spreng Mit der Bombe Doppelkill Alter Super, bei mir stehen drei Bots eingefroren Super Ganz toll Ganz großes Kino Ja, aber auch Klipper Ah, MG Bist du schon wieder blind? Ja Das magste, ne? Alter, die fette schon wieder Und die sperrt mich hier ein mit lauter Bots Ja, ist klar Komm Ich war blind und habe einfach die Bombe gefahren Das versteht Natsa Fresh von hinten, Lola Boah, 24 Leben, Vorsprung Brutal Übel Wow Komm, stirb, stirb Wie du immer noch versuchst, irgendwelche Leute umzubringen Der Fresh ist halt ein Drecksack Ja, das wissen wir ja von Haus aus So, Domination die nächste Runde Ah, Natze Ja Ah, wir sind zufrieden Immer wieder zwei wieder Ihr da einen Poison und dann geht es ab, würde ich sagen Boah, Level 4 Natze ist 100 GZ der Herr Ja, danke Nareldir, oder wie der heißt es, einfach 143 Ja Ja Der spielt schon eine Zeit lang Ja Oder immer alleine Oder einmal einen Tag Immer alleine Immer alleine Immer allein gegen alle Bots Immer gegen, immer gegen Bots Der hat glaube ich jetzt das erste Mal wirklich Mates dabei Ja Die ganze Woche Die ganze Woche hat er schon drauf gewartet Kommt nachher im Chat, weiß schon, bitte geht nicht, bitte geht nicht Das Spiel ist aber auch geil Da müssen wir ihm aber noch dreistischerweise, wenn wir jetzt dann aufhören, reinschreiben Nice for the play Ja Und dann Einer nach dem anderen schön gemütlich liefen Nur einfach reinschreiben, abonniert Flashface Ah Ja, du Guck mal neben dir, da steht jemand Ja, du auf einmal Ja Wenn mir mein Mate mit der Bombe nachläuft Hahaha Ist ja mein Mate mit der Bombe nachgelaufen Ja Da wusste ich einfach mal, du konzentrierst dich auf mich Ganz easy Ja Bombs away Da 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 Mit dem ich hab' überhaupt nix los Ah Ah Super Das ist schon da steht er Was Du kleine Dreckratte Hahahaha Wie die Bombe hier in der Luft stehe Ist klar Ah Fuck Das hat's nicht ganz gereicht Nee, nicht ganz. Geh auf NG, der ist eh tot. Ja, eigentlich so gut wie. Sag doch doch. Ich leb immer noch. Und dann hat er da seinen fucking blinden Typ. Meinen blinden Hund hab ich da stehen. Oh, ich leb immer noch. Das gibt's nicht. Aber jetzt mach mich Bayer, oder wie? Ja, Bayer hat mich jetzt gemacht. Jetzt kommen mir zwei Bots an. Hättest du nicht gedacht, dass ich so lange überlebt, Bayer? Mit drei Lebenspunkten. Alles gut, wir führen. Alles easy. Ah! Ah, wurde gecaptured? Ach komm! Wie haut der bitte drauf? Halli, wieso sehen dich die Bots weiterhin? Ja. Ja, das ging mir aber auch so. Das müssen die noch fixen. Deswegen bin ich ja so am abkotzen gewesen. Weißt du? Was war denn das? Cheater-Bot! Mann, verpiss dich! Wie geht das? Ah, wie mich meine eigene Bombe in die Luft jagt. Nein! Das gibt's nicht. Ich hab die eigene Bombe in die Luft gesprengt. Platz in den Brecksack. Die Bombe am Pfeiler war ich. Die ich blind geworfen hab. Ah! Nicht wirklich. Ah, jetzt kommt er schon wieder. Wir haben alle drei Punkte, nice. Ah, danke! Hau drauf! Ah! Wem hab ich jetzt ne Bombe in den Arsch gehängt? Nein, nein, nein! Der hat doch nix mehr! Oh, komm! Wie hat er mich durch die Mauer hindurch treffen können, bitte? Mann, um... Boah! Ich kotz gleich. Hab ich noch die Bombe werfen können? Nö, natürlich nicht. Wie denn auch? Ich hab noch eine werfen können, aber die hat scheinbar keine Wirkung mehr gehabt. Was machst du eigentlich in unserem Spawn drin? Ich bin reingelaufen, aber ich bin blind. Spawncamper! Ach so, du bist nicht blind, oder was? Nee, zufälligerweise getroffen, weil die... Der Raum ist nicht groß, Junge. Da? Nee. Feater, ganz klar. Ich fordere euch den Beweis-Screenshots, dass du nicht schien. Habt ihr euch mal den Helm und das Schwert von dem anderen Typen angeguckt? Nee, was? Besseres Zeug, oder wie? Ja. Okay, wie macht er das, bitte? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wird es auf jeden Fall tot, von Yalbot getötet. Stirb halt! Nein! Der hat ein goldenes Schwert und einen goldenen Helm. Okay, vielleicht kriegt man das ab einem gewissen Level vom... Glaub ich nicht. ...ding selber. Weil du kannst es ja noch nicht nutzen, du kannst es ja noch nicht Customize machen. Stimmt, vielleicht ist er ein Hersteller. Ich habe einfach alles getötet, was da war, inklusive Bayern. Könnte ja auch noch sein. Wieso, was ist mit dem Typen? Jetzt einmal gucken, wenn ich tot bin. Ja, guck ihn dir doch mal an. Ich habe noch das Equip. Fuck off. Ah, er steht schon wieder. Wir sind fresh und mein Mate wieder gegenüberstehen und tanzen. Ja, ich habe geguckt, wo du stehst. Nicht mal einen Meter auseinander. Fresh, warum hast du wirklich Bombe in den Arschgegen? Weil ich es kann. Ja, aber ich habe ihn eh schon umgebracht. Es sieht immer so lustig aus, wenn wir uns gegenseitig den Mate hinstellen. Wo ist denn der Typ überhaupt? Ich habe ihn auch schon lange nicht gesehen. Der war überhaupt nur da? Da vorne läuft er. Er hat ein goldenes Schwert auf jeden Fall. Und einen goldenen Helm. Okay. Du hast eine andere Klasse auch. Aber stimmt. Na. Ja, komm! Ja, so ein Scheiß. Nein, Alter, da überlebt er das auch noch, ey. 35 HP, alles easy. Geh weg, du Bot! Ich hasse es, wenn Bots einem mit der Bombe nahlaufen. Da hat Bayer eine Bombe am Kopf. Wirklich fresh. Deinem Tänzer falle ich nicht rein. Oh, der ist tot. Boah, der sieht schon hammermäßig aus. Ich muss jetzt in Ark rein. Warte, du musst gleich in Ark rein. Ja, Kater hat einen Key gefunden, einen kostenfrei. Was? Ich will auch einen haben. Meiner. Muss man weitersuchen. Das Wochenende ist ja kostenfrei. Ja, Wochenende ist kostenlos. Ah, ich habe auch schon einen. Das ist nice. Ach komm, wie dodge ich denn immer zurück? Double Kill. Double Kill. Ah, wir können das locker, locker. Ja, komm. Wenn ihr einen habt, ja wie schon andere. Schwerter hat. Also bitte. Das ist dann keine große Kunst mehr. Ja. Das ist dann keine große Kunst mehr. Ja. Wirklich. Ach, da oben ist er noch. Ich bin runter. Ah, 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 ah. Victory. Ah, hast du ein Glück gehabt, ey. Wer? Der Bayer. Der wäre beinahe noch draufgegangen. Ich muss doch 13. Ja, komm. Scheiß drauf. War halt eine kürzere Folge. Zwei Spiele haben wir gemacht. Ja. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Die anderen sind in der Videobeschreibung verlinkt. Däumchen wäre natürlich schön, wenn ihr nicht nur bei mir, sondern auch bei Ihnen lasst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.